servus und jetzt willkommen beim neuen video aus dem ls 19 hier von edderbach ihr seht schon es ist mal nicht mein hof sondern wir sind hier bei anycan zu besuch bzw ein mitarbeiter schräg wie azubi von anycan und wir werden jetzt ihn beim übers jahr über bei verschiedenen set verschiedensten tätigkeiten unterstützen und dabei sein und heute haben wir die aufgabe mit unserem 14 55 xl und samson ist treuer misst zu warten es sieht schon wir haben jetzt hier einige ackerflächen wo man sich das mal so anschnitt und wir sind jetzt gerade 20 beim ist fahren anycan ist gerade beim grubbern wir haben erzählen den stoppe schluss und habe sich schon hinter uns und ich würde sagen wir liegen gleich los wir haben jetzt wir waren jetzt noch die letzte vor der misstra und dann geht es auch schon los so problem was die halbe einpreis hier ist noch nicht gemistet da musst du noch mal hin dann folgen jetzt doch noch mal schnell vorbei wenn ich hier auf die 20 muss dann komme ich da noch mal vorbei ja das ist 1500 liter oder 2000 drei bahn zwei bahn dann lass ich die und mach dann erst mal die andere ja du kannst ja schon weitermachen ich bin gleich da der misstwagen ist eh voll wie dann kann schon anfangen lang gleich da also wie gesagt wir werden jetzt anycan bei den verschiedenen zähnlichkeiten begleiten und freu ich mich auf jeden fall schon drauf naja na klar aber das mit einem automatischen blinker geht bei mir auch nicht ja ich bin jetzt mal dann weg aber ich lasse den server auch noch gut genau warum so also da servus tja viel später so gut genau da sind wir alleine wir werden jetzt noch eine fuhr oder misst fahren da werde ich euch noch mitnehmen das ja mal ein bisschen abwechslung habt dann wenn wir zum beispiel auf meinem spielschal in ellerbach gerade mitnehmen der ernte sind jetzt sind wir hier beim ersten schnitt oder im heu eher gesagt dann habt ihr auch immer ein bisschen abwechslung dann habt ihr auch immer ein bisschen abwechslung dann habt ihr auch immer ein bisschen abwechslung außerdem haben wir jetzt hier tatsächlich case aber das ist eigentlich recht geil weil ich auf meinem spielschal eigentlich so keinen case habe sondern eher schon hier dann müssen wir auch noch miss fahren auf die wiese hier ach das ist egal da kommen wir noch raus das geht noch ich hasse es wenn die autofahrer nicht fahren müssen wir mal gucken ach so ich bin eigentlich gerade in einkelschlepper unterwegs bei Anakin gerade in meinem sitzt wir haben jetzt mal getauscht jetzt schauen wir mal wo hier noch kein Mist liegt mal ganz kurz gucken oh da fehlt aber noch ganz schön viel ah sorry ich mach mal nicht mal aus oder was rein, Dipsperren rein wie gesagt, der Anakin sitzt jetzt gerade an meinem Schlepper da oh oh Gott ich schau nur, dass wir hier nicht ganz so viel Überlappung haben so so jetzt gucken wir einfach nochmal das passt jetzt fahren wir weiter jetzt fahren wir weiter jetzt 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 schön. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, falls ihr Vorschläge habt, was wir noch machen sollten, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir werden jetzt hauptsächlich auf den größeren Flächen werden wir Mais anbauen, auf den kleineren eher die erste. Dann läuft das auf jeden Fall. So, schauen wir mal, ob es gepasst hat. Genau, und jetzt haben wir eine Bahn auf. Warten wir mal ein Licht an, dass wir hier mehr sehen. Schauen wir mal. Kommt's wie? Ja, Gott. So, fangen wir an. Hier haben wir ganz kurz rüber. Geh wieder rein. Geh wieder rein. So. Sieht man auch so schlecht bei der Grausenaube hier. Aber hier zum Beispiel ist schon. Geh wieder rein. Dann haben wir das A, haben wir das A. Gucken wir doch noch an diesen Grand Teil noch mehr. So, gut. Jetzt kommen wir zum Hof. Da müssen wir jetzt fahren. Oh. 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 Dachte, die wär schon früher. mit ja. Segur. So Gut, sehr schön. Das war's jetzt auch schon, meine Freude, von einer Runde Mist fahren mit einem Case 1455 XL, wenn euch gefallen hat, lasst mir gerne Abo, Daumen hoch und einen netten Kommentar, wir sehen uns beim nächsten Video, live streamen und bis dahin, ciao.